Von hier aus kann man sehr viele Fenster sehen. Ich frage mich, an welchem wohl die Phantomgestalt erschienen ist. Jetzt sieht man es aber endlich mal. Die Geschwitzt am Garten. Angeblich versammeln sich Geister in den Gärten des Teerhauses. Booster, der Butler sah den grauenhaften Anblick offenbar eines Nachts und er hörte die Gespenster so gereden. Okay, dann weiter hier gucken. Aber bestimmt am Fenster dann. Welches? Ich hab's. Das ist in der Mitte. Da oben. Okay, gucken wir mal. Kling! Rätsel. Nein, noch nicht! Jetzt! Gerade ist eine Phantomgestalt erschienen. Es gibt keinen Grund, sich so sehr darüber zu freuen, Catriona. Nun mach. Sieht ja nicht jeden Tag eingespinst, oder? Wir haben richtig Glück. Ich persönlich würde lieber am Lotto gewinnen. Oder vom Blitzer schlagen werden. Guten Abend, Ma'am. Noch eine Sichtung, glaube ich. Booster! Sie haben mich schon wieder erschreckt. Die Erscheinung, die wir gerade beobachten konnten, war niemand anderes als das treffend als solches benannte Phantom am Fenster. Die Gestalt, zumindest die Umriss, sieht ganz anders aus als ein gewöhnlicher Sterblicher, fast wie bei diesem Rätsel. Oder die Angestellten inszenieren, dass damit Leute kommen, um ihre Gesellschaft zu leisten. Seltsame Silhouette. Hinter dem Vorhang ist eine Silhouette von irgendwas. Sie stammt von drei Statuen, aber von welchen? Ich muss noch das ändern. Was? Achso, ja, dann los. Weiter. Schaue dir die fünf Statuen an und wähle aus, welche sich hinter dem Vorhang befinden. Welche sich hinter dem Vorhang befinden. Die Statuen können sich nicht auseinandergebaut und müssen als Ganzes verwendet werden. Keine von ihnen hat eine besondere Rückseite. Rückseite. Mhm. Okay, drei Statuen. Eine besondere Rückseite? Was soll denn das heißen eigentlich? Keine hat eine besondere Rückseite. Ach so, ne, was? Keine von ihnen hat eine besondere. Hm. Christoph, ne, das war doch richtig. Verdammt. Hm. Verdammt. Aber das war doch richtig. Nr. Ich denke, das war richtig. Ich denke, das war richtig. Ich bin richtig. um wie gemein was er jetzt so was falsch gemacht ja aber ich hab ja ich hab mich halt verpflichtet weil ich hab halt einen ehrlich gesagt ich habe jetzt auch also das ist auch schwierig klar eine war auf jeden fall umgedreht aber ich habe am anfang habe ich übersehen dass das da oben noch diesen zipfel hat und dann habe ich das falsch gehabt und hab dann gedacht ja ich hab's doch richtig aber so zu nehmen man braucht genau man brauchte nämlich zwei ohne zipfel und eine mit zipfel da war ich mir jetzt bei der mit zipfel nicht sicher ob es c oder e war nee das wusste ich hatte am anfang gedacht also dann dann habe ich aber gesehen und jeder eine hatten arm in der mitte und ja ich habe gedacht a b und d das hätte gepasst bis auf den zipfel und dann habe ich den zipfel habe ich danach gemerkt oh scheiße der zipfel fehlt und dann hat sie ja okay naja gut wieder ein Punkt für sie ich will auch noch mal gewinnen doch durch die Anwendung von Logik lässt sich wirklich jedes Jahr zu lösen eine bewegende Vorführung ist perfekte wirklich außergewöhnlich wenn sie mich jetzt entschuldigen würden ich muss Leute erschrecken woanders doch da eigentlich immer so auf und verschwindet dann wieder ist das nicht ein geist schauen sie sich das an der jahre man würde nicht erwarten dass so etwas in den wischen versteckt ist oder ein Projektor ja ein von mir aus projizierendes bild würde auf der wand gewaltig aussehen also ist das Phantom am Fenster nur eine Art Kameratrick nun erst die sogenannten Gespenste im Garten und jetzt dieses Phantom am Fenster beide wurden von niemandem inszeniert vom Booster was heißt dass auch die restlichen vier Geschichten über unübernatürliche Phänomene sich als Fälschung herausstellen könnten ja was kann als nächstes die mechanische Marionette ja wahrscheinlich ist es eine mechanische Marionette gehen wir in den Salon und führen dort die Untersuchung durch oh bitte das ist nicht wirklich so ein wort auf so ein wortwitz hinauslaufen wenn dann hab ich so als erstes jetzt gesagt und du noch früher das Phantom am Fenster Guck Booker sah das übernatürliche Phänomene mit eigenen Augen eine gewaltige Schaftenhafte geschalt am Fenster des Tierhauses die anscheinend spurlos verschwand ja vielleicht hat er auch bloß einen Schatten seines Bookers gesehen so ähm so ähm ja was ist das nächste also wir müssen rein im Salon in die nächste Lüge T-Rex sei ruhig ich glaube das war nicht laut genug als das hörbar war wir haben wieder Schokobons und wir müssen sie nicht teilen weil ich meine wir müssen uns nicht drum streiten wer dem anderen den letzten überlässt da wären wir also wieder drin Miss untersuchen wir nun die nächste der sechs rätselhaften Erzählungen hier sollte sich doch die Mario das ist die Mario da 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 hier sollte sich doch diese manische Marionette befinden oder ja sie soll sich von allein bewegt und hämisch gelacht haben oh stimmt und wahrscheinlich ist sie genau irgendwo hier drin während wir uns unterhalten wisst ihr ich habe sogar das Gefühl dass mich jemand mit Blicken durchbohrt Booster noch einmal guten Abend ich vertraue darauf dass ihre Ermittlungen vortrefflich vorankommen meine Güte Potzblitz sie haben mich ziemlich erschreckt Booster oder Solar Marsch ist um Gesellschaft zu kriegen und Booster deckt sie nur und die alle tun so wer weiß würden sie sich erschrecken und sowas aber wissen eigentlich was los ist sie haben die Angewohnheit immer dann so zu erscheinen wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet Booster ich wette beim nächsten Mal kommt er tatsächlich nicht weil man jetzt mit ihm rechnen würde und dann fragt man sich wo ist er ich bin der Todman weil es dazu beiträgt die Wachstumsphasen der egal damit die Haare zu Berge stehen vor lauter Schrecken ich gebe mir alle Mühe stets zugegen aber nie aufdringlich zu sein das ist meine Pflicht als Butler ein Geist mir fällt gerade auf das Butler und Geistern gar nicht mal so unähnlich sind wenn sie so aus dem Nichts erscheinen und sich in oft auslösen Sebastian Vorsicht miss er könnte dich hören der Butler ich wünsche ihnen viel Glück bei ihren Ermittlungen na gut wollen wir mal sehen was wir über diese manische Marionette herausfinden können wo ist sie denn nun? na da irgendwo die Puppen hm? wuuuuh wackelkopf eine wackelkopf Marionette cool die würde ich mir voll ins Auto stellen wenn ich noch eins hätte sie hat sie hat sich bewegt die Poppa hier hat sich bewegt obwohl ich keine Pfote an sie gelegt habe ah sie sie ist lebendig wackelkopffigur Luftzug ja und alt und rostig deswegen manisches Lachen ja ist sie nicht süß? hast du ein niedliches Gesicht? da ist ein Rätsel drin ach man passen sie auf Sir Sir? Sire 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 wieso Sire? weil ein Butler immer nicht Sir sagt, sondern Sire ehrlich? ich kenn keinen Butler der sowas sagt nein nein ich kenn ich kenn ja generell keinen Butler ja frag dich mal warum weil ich meine Hausarbeit selbst machen kann dann würdest du rechtfertigen dass du keine Putzfrauen kennst vorher willst du wissen ob ich keine Putzfrauen kenne oder vielleicht doch es wird es rechtfertigen hab ich gesagt was? jetzt jetzt bin ich ganz raus egal da ist ein Rätsel und darauf muss ich mich dann konzentrieren alles klar diesmal hatte ich damit gerechnet langsam gewöhne ich mich dran nein ich erinnere mich noch daran wie Mr. Herr als Kind mit eben dieser Puppe gespielt hat damals war sie noch ganz gewöhnlich sie ah die ist vielleicht so ein bisschen kaputt ja der Kopf geht bald ab sie spielte mit ihr wie mit diesen Fingerpuppen und mach nicht so schnell ich hab noch nichts ich hab nur den hier schon mal 62 Puppenspiel oh wei Fingernpuppen aber Fingerpuppen das erinnert mich grad wieder an was was TendoCast nein nein ah 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 bei diesem Puppentheater werden Fingerpuppen an zwei Händen verwendet Du musst die Puppen so bewegen dass die äh dass sich auf jedem Daumen eine blaue und auf jedem kleinen Finger eine rote befindet. Eine Puppe kann sich nur an einen leeren Platz der anderen Hand bewegen. Aha. Und zwei gleichfarbige Dürfen... Zwei gleichfarbige Dürfen einer Hand nicht nebeneinander liegen. Berühre die Puppe, die du bewegen möchtest, an den Fingern, den sie... Moment, wie war das? Die roten sollen da hin und die blauen... Okay, das sieht man ja da unten. Okay, alles klar. Hä, was? Wie soll man das machen? Berühre die Puppe. Achso, du kannst das, glaub ich, nur von einer Hand zu anderen machen. Ja, eben, ist ja. Aber das kann ich auch nicht. Das geht nicht. Nee, weil du darfst deine eine Farbe nicht zu anderen machen. Ah, ja, okay. Achso. Darum ging's. Ach, das ist ja gut, dann. Mhm. Jetzt hab ich die ja wieder falsch. Ach, quatsch. Doch. Ach, quatsch. Verdammt. So. Ach, quatsch. So. So. Das kann nicht. Okay, das kann ich. Ich die wegpacken. Okay, nicht. Ich die wegpacken. Ich die wegpacken. Ich die wegpacken. Okay, ich die. Ich die. Ich hab's. Oh, ich hab's auch fast. Ich hole auf. Das ist doch. Das ist gar nicht. Doch wohl. Du hast auch schon bei mir mal aufgeholt. So, auch ein Rätsel, das mag ich nicht. Also Schlussfolgerung. Eine echte Erleichterung. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es jetzt so verhauen, nur weil ich jetzt Angst haben muss, dass du mit mir gleich aufziehst. Aber warte ab, bis du an mir vorbeigezogen bist. Dann musst du nämlich Angst haben, dass ich gleich aufziehe. Meister der Puppen, die Fingerpuppen schauen ebenfalls recht zufrieden rein. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, dieses Rätsel zu lösen. Ich schaffte es in weniger als zwölf Zügen. Wenn ich das auf Anhieb schaffe, krieg ich den Punkt. Nein. Oh Mann, oh. Okay, Puppenspiel zum Rätselindex. So gefickt. Ich merke schon, Lady Layton ist nicht nur selbst mit außergewöhnlichen Fähigkeiten beim Rätsellösen ausgestattet. Sie hat dafür auch einen außergewöhnlichen Assistenten. Ich danke Ihnen, Booster. Ich gebe mein Bestes, um ein merkwürdiges Mitglied der Dedektei Layton zu sein.